aber er ist nicht ob die wirklich so viel hier Brotos bleibt unten bleibt unten ja das ist immer schon mal die Flugzeugteile dann aber ich finde ich dann auch noch mal zusammen wenn wir jetzt hier schmeckt der gleich alles hin passend hast bitte 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 ein bisschen Schrott habe ich dir auch gleich noch gegeben mal gucken ob ich da was zusammenkriege das sieht schon mal gut aus das sieht schon mal gut aus das sieht schon mal gut aus so Brotos dann zeige ich dir noch mal meine Beute also von der Mine hier ich stelle die mal in so eine Kiste hier wupp dann haue ich hier mal alles rein ah Mist das hätte ich jetzt vorher machen sollen bleibt das da drin ne ist ja doof so ich muss ja erst das hier machen und ne ne das ist ja die falsche Brotos ne ne warte ich muss ja erstmal achso ich habe ja noch Bone Meal muss ja erstmal Farbe machen ja gut warum brauchen wir alles auf dem Kopf was wir haben haben wir so dann bau ich es hier zusammen willst du das gleiche wie ich haben ne äh ja ich denk mal schon ich geh mal zu den Viechern ja Weizen ist unten in der Kiste falls sie so weit sind äh ich hab noch ich hab eh noch genug Weizen ich hab noch 18 so aha da haben die Flügel fehlen noch hast du meinen Hühnern jetzt angetan nein so schön auf jeden Fall haben wir noch genug Ersatzteile jetzt so 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 kann ich mein Flugzeug zusammenbauen oder noch ja habe ich schon das ist ja geil so wir gehen gleich fliegen und ich mach's hundertprozentig wieder kaputt natürlich dafür kennen wir dich doch mh mh Protos war's was ist das und ein Passenger Bay aha wusste ich gar nicht dass es das gibt äh Ei schuhe ich auch nackeln ach hast du schon mal in die Kiste reingeschaut ähm guck ich jetzt rein äh ein Boot vor allen Dingen was ähm was Eisen anbetrifft und so also mit Eisen meine ich das hier Protos ähm was das hier das da oben das zweite ne das das hier was ich grad so runter bewegt hat ach so ja ja hm und das hier oben ja das ist hier für dich das kannst du dir nehmen äh das ist mein äh ja das hab ich auch mal jetzt mitgenommen ok so das bisschen hier und das halt hier und das ist das besonders schöne hier hahaha ja ich lass es erstmal drin hier äh ich hab ja jetzt ein bisschen Essen mit ähm ja ich muss immer mein Eisen hier abnehmen ja ich muss immer mein Eisen hier abnehmen wo ist denn die ganze Kohle ähm du hast dich doch beschwert dass ich so viel Kohle mitnehme und jetzt haben wir keine oder was warte hier ist noch was gerade hier sind Steaks drin ja die hab ich gerade eben gebraten hier sind noch 13 hier sind noch 13 Kuchen schmeiß ich mit Broten hier ist nichts mehr hier ist nichts mehr hier auch nicht hier auch nicht hier auch nicht hier auch nicht warte mal ich kann manchmal in meiner Kucke mal weg ich muss ja wieder mal an meine ja das letzte mal tausende von äh Kohle gefarmt wo du dich beschwert hast dass ich immer alles mitnehme oder war das im ah ne das war im Singleplayer wo ich so extrem viel Kohle geholt habe äh in unserem Together meine ich genau aber hier guck mal ich hab noch was hier nimm das mal und hier auch noch damit er ja nicht nach dem Umfeld achja dann kriegst du das hier da ich hab's hier da hingeschmissen die teuren Sachen und so lass ich hier ich nehm nur was für Essen und so mit so essen bisschen Kleinkram ja die nehm ich mal mit hier das Spielzeug Scheiße ich muss erst mal hier schlafen ja dann schlafen wir hier ja ja ich hab kein Only Slap App ach ist äh ah Max ist on genau ne das lass ich dann doch mal hier erst mal machen wir das erst mal so ach nee es geht ja gar nicht mit schlafen wieso na aber wieso das war wieso wohl ne h ups so ich stell das Flugzeug auf alle Schimmer ich hör irgendwie eine Frauenstimme beim Netz raus äh Darf ich dir abrufen? Ja, mach! Die T-Ferlisse! Ach, guck mal wie schön blau das aussieht! Bei mir sieht ja gar nicht blau aus. Ja, ich hab aber die Textur ein bisschen geändert. Ich hab mal ein bisschen rumexperimentiert. Ist jetzt blau statt gelb? Hä, wir wollen das Flugzeug, wie kann ich das nur sagen? Ah, jetzt! So, E, R war Inventar, genau, Kohle rein. Dann mit Escape schließen. Genau, und dann mit W Gas geben und mit Leertaste hoch. Oh, gerade so bruttos. Ja, Kohle rein, Escape schließen und F5 für die andere Sicht. Und ab in die Höhe. Huiiii, wir fliegen! Doch, doch, nein! Okay, fliechst du! Rot und ich will aber nicht so weit fliegen. Ja, es wird jetzt eh dunkel. So, ich wüsste auch gar nicht in welche Richtung ich fliegen muss. Wo ist denn der Spawn im Osten? Dark? Da, wo unser altes Haus war. Ja, ich hab keinen Waypoint an. Ich hab nur von unserem neuen Haus Waypoint an. Oh, es lebt. Ich muss umdrehen. Umdrehen, 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 oh. Sag mir doch, guck doch auf'n Kompass, in welche Richtung ich von zuhause... Geil, wenn der dreht, der dreht, der dreht! Waaah! Sag mir doch, in welche Richtung vom Zuhause aus. Du hast doch... Weiß nicht, ich habe die Himmelsrichtungen nicht angeschaltet. Ich habe die Himmelsrichtungen nicht angeschaltet. Okay. Muss ich mal gucken, ob ich... Muss ich wahrscheinlich erst mal landen. Ey, Protus, ich bin sicher gelandet, ey! Ey, super! Waaah, Katzen! So viel zum sichern Landen? Aber du hast ja gesagt, die Flügel kann man... Ja... So, jetzt E, dann nochmal E, und man hängt. Ja, wenigstens auf dem Kopf steht sicher, Protus. Ich lande dann auch nochmal. Boah, jetzt häng ich wieder in Schlese drin. So... Zack. Ich bin hinter dir gelandet. Ach, das geht übrigens mit dem Update auch nicht mehr, ne? Krass. Dieses extreme Fallenlassen, wie es jetzt hier ist beim Landen. Ach so? Ja, also erstens bremst man wesentlich langsamer. Und man gibt auch langsamer Gas. Und, ähm, man fällt nicht mehr so runter. Also dieses Hubschrauber-Landenmäßige ist dann nicht mehr. So... So, das heißt, ich muss mir jetzt erstmal in die Map gucken. In die Waypoints. Und... Und... Toll, ich hab den Spawn gar nicht. Ja, toll. Hm... Hey, ich hab den jetzt auch nicht eingelegt. Aber Protus, ich weiß auf jeden Fall, wo es lang geht. Na gut, dann haben wir mal einen kurzen Flug gemacht. Hier ist eine Kuh gegen ein Kriptier gerannt. Hier lag ein Leder. Au! Na, ich hänge fest am Flugzeug. Hilfe. Und da steht ein Creeper und ein Zombie. Äh... Komm jetzt hier runter, bevor der Creeper mich sieht. Protus, können wir schlafen? Wenn ich hier vom Flugzeug runterkomme? Ach, Gott sei Dank. Ja, dann gehen wir schlafen. Wenn Max denn mitzieht. Ich bin am Bauten. Geht's. Geh doch mal bitte schlafen, lieber Max. Man muss erst mal heimt werden. Oder du rennst ums Tor. Außerdem fehlen meine Betten. Die sind wie voll weg. Wie die Betten fehlen. Ja, bei mir sind keine Betten mehr da, wo sie eigentlich stehen. Äh, die Betten sind weg. Was hat denn... Was hat Simple denn gemacht? Simple kann ja eigentlich nur... Wollen sein. Kannst du vielleicht um Sporenrennen bitte? Ich möchte jetzt ja nur warten. Dann musst du warten. Ja, dann warten wir. Dann warten wir, bis wir zum Sporen gegangen sind. Bis... Was ist denn der Kack? Die Kacktien tue ich ja mal reinhauen, Protus. So, ich ähm... Du musst jetzt mal was interessantes hier machen. Ich muss mich mal in die Ecke stellen. Und nicht leften, bitte. Ne, ich wollte bloß auch Däub wieder umstellen. Ich muss nämlich ganz dringend für die kleinen Königstiger. Und ich wollte jetzt nicht die Aufnahme stoppen, deswegen ähm... Dann leg dich ins Bett, Protus. Na, ist ja auch blöd. Ja, doch. Ne, ich... Ich stell mich hier in die Ecke und dann guck ich dir zu, wie du was interessantes machst. Und ich geh in der Zwischenzeit kurz auf Toilette. Gottes Willen, ich soll was machen? Ach, du Scheiße. Ja, ich bringe mir hier. Ich bringe mir hier auf die Küste mehr. Ja, ich bringe mir hier auf die Küste mehr. Küste, geh kaputt! Dortmund... Oh, hier waren die FUTO Teilen drin. In Juli, Juli, Juli! Wir müssen unbedingt woanders lagern. Damit, meinen P-X. So... No! So, was hast du denn ein Feindes Interessantes gemacht? Äh, siehst du, wenn du kommst? Da gestanden und auf dem Boden geguckt. Du musst die Flugzeugteile im Inventar haben. Ich? Was soll ich denn damit? Ja, die sollen ja in die Küsse gleich rein. Ach, zwei Propeller habe ich und ein Boot. Ah, so, baust du da jetzt die Flugzeugteile hin. Okay. Erst da rüber vielleicht? Die kriegst du dann nicht mehr auf. Musst du oben vorher noch die Decke rausreißen da. Ähm. Grotus, lass hier du mal die Flugzeugteile hin. Du kannst das doch besser. Ach, schmeiß da erstmal rein. Wir kriegen doch eh keine Flugzeuge mehr zusammen im Moment. So, ist es Nacht? Können wir schlafen? Wollen wir schlafen? Dürfen wir nicht schlafen? Ansonsten wollte ich jetzt doch mal Richtung spawnen. Wenn du nur... Ja, warte, wie ihr wollt. Ich bin knapp spawnen. Du musst mir nur die Himmelsrichtung sagen, Dark. Ich weiß es nicht. Ich habe die nicht drin, die Himmelsrichtung. Dann mach die eben schnell an. Warte, ja, mach ich gleich. Ich weiß es jetzt auch noch nicht. Ich glaube, das nützt nichts, sich hinzulegen. Wieso nicht? Ja, wenn Max nicht schläft. Er hat doch gesagt, er ist am bauen. Nein, er ist am bauen. Er hat gesagt, macht ihr mal, er ist am bauen. Oder ich bin am bauen. Und darauf halt er hin, habe ich ihn gefragt, ob er jetzt zum spawnen geht. Ich hab mir gesagt, ich bin am bauen. Oh, jetzt geh doch bitte. Jetzt lass ihn doch. Überleg ich dir doch. Ich hab jetzt vorbei. So, dann sag mir mal Himmelsrichtung, bitte. Ja, mach ich schon am Moment. Minimap-Option. Ähm... Oh Mann, ich bin mal mit am husten. Das ist ja schlimm. Das ist in Richtung... Südosten. Südosten.